Uuuuua, putz mal die Fenster! Unlock tall goat. Wie, 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 auf Tee? Ich hab einfach ein Ding auf, hab ich das schon die ganze Zeit auf. Gucken mich an wie schön ich bin, ich bin, ich bin wie eine Katze. Do you wish to start a time trial run? Scores! Ja? Willst du fernsehen? Ja, das ist mein Auto. Das ist mein Goat-Card. Ich liebe mein Goat-Card, ist so großartig. Hohoho, Goat-Card, für den Winn! Stopp! Nein, aha, fuck, ich... Die wollen ja nicht mehr sehen. Die wollen ja nicht mehr sehen. Ob ich jetzt irgendwas hab ich... Klar, ich hab die Kars gehadbadet, dass sie gestorben sind. Lächerlich. Das geht... Ich bin schwarz! Wie bitte... Meine Goat war ein bisschen verkohlt. Oh, fuck. War ich vorhin schon ein schwarzes Zicklein? Der geht jetzt voll in den Arsch. Hey, Sir! Fuck daneben. Aber trotzdem ist er so ein bisschen... Schon ein bisschen gefickt. I believe I'm a goat. I believe I'm a pretty goat. Hu! Boom! Der Mann brennt! Der Mann brennt! Sehen Sie das? Ja, Mensch! Das ist doch der Mann da! Kann ich auch als... Hä? Kann ich meinen Helfer denn nicht mehr rufen? Mich verjuckeln? Aber lewe gerne da! Hu! Boom! Natürlich voll... Ähm... Ultra gut aufgekommen. Auf beiden Füßen. Beinen... Stelzen. Also ich will schon wieder meine Viecher rufen können. Was ist da los? Weg, 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 weg. Ich muss hier auf meinen Thron. Ich will ins Baumhaus sofort. Shit! Will ich da hochklettern? Ja, kann ich! Huckt euch die Ziege an, die da hochklettert. Guckt sie euch an! Steckt irgendwas drin, super. Super, super. Ich hab gelöst mehr. Tja, ihr glaubt wieder könnt ihr gemütlich sitzen, aber nicht mit mir. Putz mal die Fenster! Kann man mit. Nein. Frau. Sie sitzt einfach in der Luft, weil sie verrückt ist! Ah! Jetzt hab ich sie am Arsch. Oder zwischen den Beinen. Okay, also die nehmen wir jetzt mal mit. Sie will in den Wasserpark... Oh, ist das geil. Ist das geil! Okay. Es wird jetzt sowas von gerutscht. Also voll ein. Los geht's! Nein! Das zählt nicht! Tschüss! Ohoho! Wuhuuu! Und? Gegen Laternen? Boah, ich hab den Arsch gewaschen gerade. Er hat den Arsch abgeputzt. Na ja, na ja. Also ich weiß ja nicht. Okay. Scheiße! Ist sie tot? Ich glaube sie ist tot. Shit. Ich glaube sie ist hin. Super, ihr habt's umgebracht. Ich mein ich hab's umgebracht. Bring voll ungern Leute um. Aber manchmal muss... Ja! 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 Man muss richtig mit der Leiter arbeiten. Achtung! Was? Sehen wir denn? Aaaaah! Oh! Oh! Was ist denn das da oben? Kann man da auch. Let's say gooo! Der Fuß hängt fest! Scheiße! Was los jetzt? Ab heute ist die, diese, diese Ziege heißt Winifred. Winifred! 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 Oh! Winifred! Was treibst du Winifred? Scheiße! Hup! Arsch gebrochen! Los Winifred! Zeitlupe! An! Er warst du früh? An! Oh ja wie elegant! Winifred ist so eine elegante Ziege! Oh so eine schöne Ziege! Was denkt Winifred wohl in dieser Sekunde? Hätte ich vielleicht noch den Herd ausmachen sollen? Hm. Hätte ich die Kinder noch rauslassen sollen? Puh! Aua! Stopp! Klar! Mich hat ein Mann überfahren! Super! Supi! Oh Leute! Was haben wir denn hier mit dieser Tankstelle? Achtung! Kua! Putsch! Oh! Alter! Sie geht einfach nicht kaputt wie in die Tankstelle! Ja klar! Boah! Scheiße! Michael Bay! Fuck man! Das ist das nicht! K-k-k-k-k! Mal eben kurz den Schatz zurückgesetzt sein! Ich will bitte noch einmal diese Explosion erleben! Aber in Zeitlupe! Los geht's! Nene 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 nene! Nene 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 nene! Kachipa! Was ist passiert? Das war ja scheiße. Ich war ja mittendrin. Und noch. Ich bin so hart wie ein Vulkan. Darum fasse ich mich an. Low gravity testing facility. Alter Verwalter. Fuck the police. Because my name is police. Ich bin tatsächlich drin. Ich glaube das hat noch keiner geschafft. Jeder Spieler denkt sich, da kommt man gar nicht rein. Mach mal die scheiße an hier Aldi. Mach mal an hier. Mach mal an. Oder muss ich erst hier dein Büro ausräumen. Wie gehe ich den Shambambil denn an hier? Hallo. Ist das schon low gravity? Ich sehe davon nichts. Wow. Wow. Schaut mal. Low gravity. Okay wir kommen schon wieder raus.